Guck mal, das kleine Haus hier rechts kommt auch noch rein. Hinter uns war ein Zombie, ne, der uns gesehen hat. Ja, ja. Ach so, und jetzt vorsichtig sein, bitte. Seien, weil hier liegt, ähm, Double-Revel Shotgun schon wieder. Ich muss die Zone für dich. Bitte kommt jetzt keiner links hoch, ich hab Angst, dass ich wieder irgendwo rein buggele. Nee, aber es kommen Zombies rein. Ja, ja. Ja, und die wollen zu dir hoch, Fabi. Ja, ist okay. Fuck, ey. Ich hab das Problem, dass ich hier nicht irgendwie, dass ich hier rausgerannt bin und nicht die Zombies wollen. Ich mach echt One-Hit? Wow. Mit was denn? Reiner, kannst du den tot schießen, oder? Nein! Ist egal, die haben uns eh ja alle gehört. Nein, ich mein, weil ich den schon vorher getötet habe, wir müssen sparsam sein mit unserer Meinung. Ach so. Ich hab hier noch mal Essen gefunden. Und nochmal so da. Oh. Scheiße. Deswegen, die haben uns jetzt alle gehört. Ja, ist egal. Hier wäre ein Makarov-Magazin, das nehm ich auch mal mit. Ich kann das Magazin nicht da aufheben. Hier wird Tappen voll. Oh! Nö, noch zwei Plätze frei. Alter! Ich bin grad die Treppe runtergepackt. Oh! Nein, ey! Hä? Warum ist da hier ne Double Barret? Ja, die liegt ja auch. Hast du die nicht gesehen? Nö. Hä? Nimm die Munition mit. Soll ich die Dings? Soll ich die mal mit einpacken? Kann die Munition nicht mitnehmen. Warum nicht? Keine Ahnung. Das sind Two-Rounds-Lack, ne? Die musst du alle verbinden wieder. Soll ich die Double Battle Shot mitnehmen? Nö, ne? Kombinate to Eight-Round. Kombinate... Oh, okay. Ich schau noch mal oben nach, ob da noch irgendwas zu trinken lag. Das pack ich dann gleich mal mit ein, ne? Ne, ich glaub da war nichts. Doch, doch, hier oben ist noch mal ein bisschen was. Echt? Ja, ja. Ich hab hier oben nicht alles mitnehmen können, weil mein Inventar voll war. Und ich dachte, mein lieber Ruhlzeug ist auch voll. Hier liegt ein Benzinkanister. Brauchen wir? Was wollen wir mal ein Helikopter finden sollten? So, wo seid denn ihr gerade? Ich steh hier drin? Achso, seid noch drinne. Ja gut, dann... Brauchen wir ein Heatpack, ne, ne? Ich hab grad den größten Fehler meines Lebens begangen. Wann? Was denn? Ich hab die Munition zu Eight-Rounds gemacht. Ja und? Ist doch richtig. Geht nicht. Hä? Wie? Achso, das ist das Double Bubble Shotgun, ne? Hä? Ich hätte die auf... Ich hätte die auf Two-Round gelassen sollen. Ja, ich wollte grad sagen, Double Barrel, zwei. Scheiße. Kannst du die nochmal irgendwie auseinander nehmen? Nö. Voll unlogisch, sonst ehrlich. Kommt ihr mit? Haben wir jetzt sowieso irgendwas dabei? Ja, ich hab ne Bandage, ich von dem kriege. Kommt ihr? Jo. Wo seid ihr? Du bist 0. Ach, da. Hier im kleinen Gamehouse wollen wir noch mal rein gehen, oder nicht? Da weiß ich schon das nicht. Achso. Ja. Bei mich hätten wir lieber Zombie gesehen. Ja, ein Zombie hat uns. Aber ist glaub ich relativ egal. Was liegt denn da? Nichts Besonderes. Naja, dann brauchen wir's auch nicht. Ja. Ich würd sagen, wir rennen aber nicht mehr wegen den Zombies. Wo sind hier welche? Hinter uns war grad einer. Ja, einer. Er ist aber in eine Scheune reingelaufen, ey Idiot. Hör mal, wir müssen jetzt mal zurück zum Feldweg hier. Also zur Straße. Jo, dann sind wir gleich da. Boah, in der Sonne schauen ist scheiße. Ja. Aber die geht echt grad unter, ne? Ja. Ja. Ne, ne, gar nicht. Die ist noch halbwegs oben. Die ist ja noch eigentlich nett. Ja, ja. Die geht echt kurz unter. Ja, ja. Aber ich mein nur. Es dauert noch ein bisschen glaub ich mal. Ja. So, nächster Ort ist Pustoschka. Guck mal, wir haben jetzt aber 5 Minuten Ingame-Zeit vorbei, ne? Achso. Also ich denk mal um 7 oder 8, dann ist dunkel hier. Ja gut, das... Schauen wir mal. Pustoschka, da haben wir Ingebäude, da können wir rein. Und einen Supermarkt haben wir da, da können wir auch nochmal rein. Oh cool, ey. Ja, wenn dann nicht wieder so viel Zombies spawnen, ne? Und dann dürfte, ich hab jetzt grad Karte nicht so weit offen. Dürfte da auch schon bald das Erfil kommen. Und in den Baracken, da findet man echt so geile Waffen. Es wär geil, wenn ich meine M4 oder so finden würde, ey. Meine Karte, meine Karte lebt bis dahin nicht. Also die AKM, äh, find ich eigentlich schon ziemlich geil. Mit One-Hit. Losbräuchte ich noch eine Marzine. Ja, ja. Ich hätte halt gern irgendwie ne... Mit Schalldämpferm oder so. Warum geht jetzt hier ein Reak ab? Warum geht denn jetzt hier... Warte mal, soll ich mal auf dem Map gucken, wo wir hinlaufen gerade? Da vorne ist ne Tanke. Ne, wir sind richtig. Da ist die Tanke da vorne. Mishinko wäre links und Pustoschka wäre rechts. Ja, 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 okay. Dann haben wir auch nur noch Vibor vor uns, dann wären wir beim, ähm, Airfield. Okay. Also zwei Dörfer haben wir jetzt noch vor uns und dann sind wir beim Airfield. Ich weiß nicht, wie lange du noch aufnehmen willst. Kann man schauen. Also wär cool, wenn du noch ein bisschen warten würdest gleich, ne? Ich hab nämlich ein paar Meter abschlafen noch nicht. Wie viel du wirst überhaupt schon wieder? Hallo, Bustoschka. Hallo, unsichtbarer Fabi. Du bist nur und zwar mehr bei mir verzeichnet. Ah, hier. Ah, da hinten bist du. Oh man. Seine Tarnscheiße bringt's echt. Ja, die ist übelst krass, ne? Okay, bis jetzt noch kein Zombie, ne? Ach doch. Ja, es sind wieder 55 Zombies, ne? Und jetzt sind auch um welche wir gespawnt. 55? Wir hatten eben 15. Da sind in dem Leben gerade 40 Zombies gespawnt. Da. Ne, nicht da. Nein. Das waren eben... Ne, aber im ganzen Dorf wahrscheinlich. Ich glaub, das sollten wir aber wieder so ein bisschen... Vorsicht hier vor mir. Hier vor mir. Alter, ich komm mir so fett vor, ne? Ihr seid alle schneller als ich. Es gibt diese Momente dafür, ich bist so fett. Fett? Ja. Ist ja eigentlich was unlogisch, wenn uns die Zombies jetzt mitkriegen. Die kriegen uns mit. Mit meinem Glück kriegen die uns gleich. Über den Tanke gehen wir nicht rein, oder? Warte mal kurz. Guck dir immer kurz auf die Zombies. Die haben noch einen halben... Die haben noch einen halben Kilometer entfernt von uns. Und? Hier ist was drinne. Hier ist trinken. Nimm ich mit. Ach Gott trinken, ey. Wir brauchen Essen. Ich hab noch irgendwie 6-7 Essen, ne? Ja, ich auch, aber trotzdem. Brauchen wir immer. Okay. So, das war die Tankstelle. Das heißt, wir durften jetzt auch gleich bloß Toshka sehen. Schönes Schild. Licht erkennbar. Ah, da seh ich gut Toshka. Ich seh schon ein Haus. Ich auch. Drei Häuser, vier Häuser. Und die Moschee. Wo man hier nicht rein kann. Na doch, die Moschee wird das hin, wo man reingehen kann. Da kann wir aber im Dorf nicht rein. In Prigotty oder wo die Pavlovdung. Da sind Scheune. Sollen ich und Reinhold da mal reingehen? Wo rein? Für die Scheune. Für die Scheune. Würde ich nicht. Da sind Zombies drin. In der Scheune? Jo. Weil siehst du, du hast gesagt, ich sehe ja keine. Ich hab's gesagt, ich hab da gerade einen durchlaufen sehen. So. Oh. Ich lau mal kurz in die Scheune rein, ja. Äh, ich würde rennen. Ich häng die in der Scheune ab. Rennen wir auch rein, oder? Jo. Ja, also ich lauf in die Große rein, ne? Da ist links eine Große. Ja, ja. Hier nicht runter, lauf ins Packmord. Hier ist, äh, Double Battle Shotgun. Hier ist Munition für dich Reinhold. Schon wieder. Ich fände gerade rein. Alter, die Waffe ist aber echt nicht mehr selten. Wo? Gleich hinten da, hinten. In dem Großen, gleich rechts. Oder liegt es? Gleich rechts. Hättest du es machen können. Ganz hinten rechts lang die. Ich lauf Fabian. Ich lauf Fabian mal runter. Was denn? Zombie? Ja, da nicht rein. Na gut. Hab dann die Große Scheune, würde ich sagen. Wer ist denn jetzt wo? Reinhold, wo bist du? Hilfe! Hast du die Munition aufgenommen? Nein. Warum nicht? Er kam nicht dazu, weil da zu viele Zombies drin waren. Genau. Einer. Yeah. Zwei. Da waren vier vorhin drin. Echt? Oh, da sind noch mehr. Ich glaube, das ist nicht nur im Kreis. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Zombie verfolge. Wo seid ihr denn? Äh. Aushalb der Scheune, wo wir vorhin reingehen. Boah, ich lauf jetzt weiter in die Stadt rein. Ich glaube, wir sollten die mal abhängen, oder? Ja. Lauf einfach ums Haus. Na toll, hier ist ja noch ein Zombie. Ach, komm. Wir laufen einfach durch. Ja. Wir können die hier eh nicht mehr abhängen. Das sind viel zu viele. Fabian hat das Auto. Und? Ja, das ist auch Latte. Boah, ich schwitze voll in den Händen, ey. Hier ist ein Haus, wo wir rein könnten, aber... Ne. Ne, mit Fabis Zombies gehe ich da nicht rein. Boah, ho, 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 ho. Alter, wie viele Zombies sind das? Mit Fabi, du hast nicht viele Freunde. Ja, ja, hier sind voll viele Zombies. Abonnententreff von Fabi. So stelle ich mir vor. Also, es sind 100 Zombies schon wieder da, ne? Ja, das ist die Hälfte hier bestimmt. Ich glaube, wer mir hinterherläuft. Ach, Reiner läuft mir hinterher. Klar. Äh, du, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wo ich langlaufen, ne? Ist mir egal, hauptsache weg hier. Ja, so sehe ich das auch. Hier ist ein großes Gebäude, ich glaube, da kann man rein. Sieht zumindest so aus, ne? So ein Industriegebäude, ich lauf mal außen rum. Ich werde, hier ist jetzt ein Zaun, wo ich nicht rüberkomme. Oh, shit, ist ja so leer. Was ist denn jetzt passiert? Wo bist denn du? Ach, da. Siehst du mich? Hilfe, du backst. Ich? Ach, da. Du bist bei mir gerade durch die Mauer gerannt. Ja, das bist du bei mir vorhin auch durch den Zaun. Problem ist nur, ich weiß nicht, wo wir hier reinkommen. Ja, ich auch nicht. Ich denke mal, hier geht's raus. Wo seid denn jetzt gerade? Irgendwie ein Industriegebäude. Seht ihr die Moschee? Ja klar, die ist hinter uns. Ach so. Die ist hinter euch? Also, von dir aus hinter uns. Ja, hinter. Da kommt nicht zur Moschee rein. Hat noch nicht vor, Open Door würde ich mal so sagen. Dann rein mit uns. Ich predige mal kurz die Zombies. Also, hier liegt auch nichts drin, irgendwie. Ist ja echt toll. Oh, da kommt ein Zombie. Ja, da kommt ein Zombie. Ja, da kommt. Das ist doch ein Bild für die Ewigkeit hier. Alter, wie viele da kommen. Ach du Scheiße. Ich bin raus. Reinhold? Ja. Ja, kleinen Moment. Gut. Musstest du hinerschießen? Jo. Nein. Weil ich so krübeln. So, ich bin jetzt aus der Moschee raus. Wo seid denn hier? Ja. Wenn du hinter die Moschee läuf... Ähm... Moschee. Empty Whispel in Whiskey Bottle. Wo bist denn du? Ähm... Ich komme jetzt hinter die... Hinter die Moschee, ne? Ja, dann ist da hinten irgendwie so ein großes Gebäude. So ein längliches Gebäude. So eine Lagerhalle. Die ist ganz abgesichert. So ein großes... Ach da! Oh! Raus 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 raus. Weg, weg! Hier Reinhold! Weg, weg! Da ist ein Zombie drin. Ist da irgendwas drin noch? Äh Empty Whiskey Bottle der unsern Scheiß. Wo bist denn du? Siehst du mich? Jo. Ich glaube Fabi ist... nein, das ist ein Zombie. Ist ja echt ein Supermarkt irgendwo. Ja, der ist aber erst am Ende der... So, wie jetzt sagen... Ähm... Hier ist ein Haus! Reinhold, durch mit uns! Wo seid ihr? Sich ich nur noch in der Lagerhalle? Hier ist ein Makarov Hallo, komm, ein Zombie, hoch mit dir. Nee, nee, hoch können wir nicht. Ich weiß, aber trotzdem, so zur Sicherheit. Komm raus. Hilfe. Ich bin die Zombies losgeworden. Ja. Dann müssen wir aber auch schleichen. Wo seid denn hier? Ähm, außerhalb. Straße runter. Okay. Ich lauf mal zum Supermarkt. Jo, ich glaub, wir kommen dann auch mal dahin, würde ich so sagen. Wir gehen jetzt kurz mal rein. Reinhold, gehen wir in das Haus hier kurz rein? Ja. Okay. Weißt du, wo der Supermarkt ist, Reinhold? Ich nehm mich nicht. Seh ich so aus, als ob ich's wüsste. Ja. Hier, mal sehen, welche Waffe hier ist. Hier ist der. Munition. Ich nehm keine Munition. Ach, hier ist ne Uhr. Reinhold, brauchst du ne Uhr? Jo, nein, nicht schlecht. Nimm dir mit, da unten liegt sie. Ich pack mal das Trinken ein, ne? Was dabei? Ach, du Scheiße. Laut ne Uhr halben haben wir es gleich, halb sieben. Alter, hier liegt total viel Zeug drin. Im Supermarkt? Oh ja. Okay, Reinhold, komm raus. Hier ist nochmal Double Barrel Shotgun. Wo bist denn du? Hinter diesem komischen Industriegebiet, Scheiße? Wie gesagt, ich bin ja nahe an dem Supermarkt. Ja, wo ist denn der? Der ist am Ende der Stadt. Leider weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo wir sind. Der ist was? In der Stadt? Am Ende. So, am Ende. Also ich seh hier keinen Supermarkt. Ach da. Ich glaub ich hinter dir. So, der Supermarkt ist... Wo bist denn du? Ach da. Ich weiß ja nicht, weißt du, wo der ist? So ansatzweise. Sag, Mann. Oder lauf vor, ich folge dir. Ist da irgendwie Munition oder so drin, Fabio? Ja, ich seh den, ich seh ihn. Hier ist ein Makarov, hier ist ein Fleischleitz. Oh Gott, hier ist ein Zombie. Ach da vorne ist er. Da sind wir ja frei gelaufen. Wir haben ja den übersehen können, wie Idioten. Na, die Blintern. Ich glaub auch, ja. Er sind nur 60 Zombies. Schön leer mal heute, ey. Weil ich sprint mal kurz durch, ne? Da ist ein Zombie. Wo? Im Supermarkt? Nein. Da sind, glaub ich, viele Zombie-Zombie. Toll, die liegt denn in scheiß Munition. Meine? Ne. Keine Ahnung. Fabio, du bist grad ans Vorbeil gelaufen. Ja. Ah, 15 Rounds. Hier ist, hier ist ne Makarov übrigens und Munition dafür. Ups, da so. Alter, warum finden wir jetzt? Ich will mal was für meine Waffe finden hier. Ich auch. Hier ist ne Map, falls du brauchst, Reinhard. Wow. Alter, hast du mich grad erschrocken, dass ich fast... ...double-Mail-Ups geschockt, dann? Da liegt doch noch ne Map für dich, ne? Hier. Das ist ne Map. Warte. Nein, geh raus. Ich hab doch irgendwas an Essen und Trink. Ich, äh, sammle hier das ganze Trinken ein, okay? Ich hab warte. Ne, ich bin doch noch drinne. Hier ist noch Makarov, ne? Schon wieder. Leider kann ich Makarov nicht mehr gebrauchen. Hinter dir, Fabio, hinter dir. Zombie. Ich wusste nicht, dass der so schnell ist. Oh Gott, wir sind ein... Äh, laupt raus hier, da von der anderen Seite kommen sie auch. Ach, ich mach's gleich. Danke, dass du mich durchbastest. Jetzt wollte ich uns schlagen. Kommt raus, verdammt. Kommt raus. Ich bin draußen. Kommst du rein, holt? Ich bin dafür, wenn wir hier das Haus kurz rein, dann hat sich die Sache. Ne, ich war schon da drin. Da ist nichts. Da ist nichts. Also aus dem Makarov. Achso, das meintest du. Ja, wir waren hier vorhin auch schon drinne. Wo seid ihr jetzt langgerannt? Na, aus der Stadt raus. Einfach der Straße lang? Mhm. Ne, gut. Da, hier, komm. Ich hab mich schon gesehen, keine Sorge. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Fabio mit seinem Tarnanzug finden. Kommt man in das Haus rein, ne? Ne. Ne, hier dürfte jetzt nichts mehr kommen, wo wir rein können. Zumindest nach Karte nichts. Oh, hier ist Tommy. Hi. Ja, ja. Eigentlich können wir jetzt auch schon rumschießen. Ist eh kein anderer Spieler mehr da. Ja.